Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungs-Show. Verschiedene Brücke, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungs-Show bei Pearl TV. Willkommen zur 5-Euro-Überraschungs-Show. Sie sehen es, wir sitzen hier im Weihnachtssetz schon. Seit 2 Tagen haben wir geschmückt. Es ist natürlich Ihre Gelegenheit, nicht nur für sich Schnäppchen zu sammeln, sondern vielleicht auch schon an Weihnachten denken und Geschenke zusammen glauben. Für 5 Euro kann man nichts falsch machen. All diese Produkte kosteten bis vor wenigen Sekunden noch viel, viel mehr. In der nächsten halben Stunde kosten die alle 5 Euro. Und Sie haben dann jeweils 2 Stunden Zeit oder bis das Kontingent weg ist, sich diese Sachen zu bestellen. Also ran ans Telefon, sitzen Sie bereit und wir legen sofort los. Ja, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir lachen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen. Aber die goldene Regel, die gilt immer. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5 Mal bestellen. Das gilt auch für das erste Produkt. Und ich erkenne es jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Du dachtest, das ist für die Fenster, oder? Ja, ich habe es, genau. Und zwar ein Dreierset, müssen wir gleich sagen. Und zwar eine Mini-Tür- und Fenster-Alarmanlage. Das heißt, die richtig laute Sirene und die macht man... Ja, ich muss gleich wieder spielen. Ja, ich musste gleich damit spielen, das stimmt. Also, man betestigt das eine Teil am Fenster, das andere am Fenster-Damen. Und wenn das Fenster ungewollt geöffnet wird, beziehungsweise unberechtigt, dann gibt es den Alarm. Das kann man auch an Türen installieren, Karattentüren oder Ähnliches. Auch an Wohnwagentüren oder Fenstern funktioniert das. Und so heißt du, an jeder Fenster oder Tür, wo du willst, hast du eine Alarmanlage. Was machst du denn da? Ich habe eine geniale Idee. Das kann Kühlschrank-Alarm sein. Ach. Nacht-Kühlschrank-Alarm. Schleichst du als nachts an Kühlschrank? Manchmal. Aber wenn jemand macht diesen Alarm, dann gehe ich nicht mehr, weil das ist schon feinlich. Das ist ja lustig, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Viele Männer schleichen ja heimlich an Kühlschrank. Also, ich brauche nicht schleichen, ich wurde alleine. Ich gehe laut an Kühlschrank. Ich mache auch Krach dabei, damit es ist auch gut. Hey, Kühlschrank, ich komme jetzt. Aber natürlich, alle Türen und die Kühlschranktür gehört da genauso dazu. Man kann das aber, um das jetzt nochmal zu vervollständigen, auch an der Kühlschranktür installieren, um zu vermeiden, dass man es aus Versehen nicht zumacht. Was nicht ganz zu ist, weil das kostet ja Energie. Das wäre auch eine Anwendung. Aber ich sehe es bei ganz einfachen Kellertüren, Kellerfenstern oder auch Terrassentüren oder auch im Wohnwagen. Ich habe so viel gelesen, wo Leute in Wohnwegen aufgebrochen wurden und viel Zeug geklaut. Und normalerweise hat ein Wohnwagen zwei Klappfenster, glaube ich, ein großes seitlich und eine Tür. Da wird das Dreier-Set perfekt passen. Und wenn es jetzt jemand versucht, dann wird er gleich mal in die Flucht geschlagen, weil wir haben es, glaube ich, gerade gehört, 95 Dezibel ist ziemlich laut. Ja, das ist ganz, ganz einfach. Das Prinzip, wenn die beiden nebeneinander sind, und das heißt, das Fenster oder eine Tür ist geschlossen, dann ist es ruhig. Wenn die sich aber entfernen voneinander, geht der Alarm los. Gehen Sie? Ganz einfaches Prinzip hier. Ein Dreier-Set davon für 5 Euro. Das können Sie auch bis zu 5 Mal bestellen, wenn Sie noch mehr Türen und Fenster sichern wollen. Ist natürlich sehr, sehr praktisch und hilfreich. Ich habe hier eine Zuschrift von Patricia aus Marchdräng. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich habe sie ja schon mal durchgelesen, weil sie schreibt uns, Also wir haben die Teile wirklich und wirklich ganz fett gedruckt getestet. Sei es im Wintergarten, an den Glastüren, bei den Fenstern, im Gartenhaus und so weiter. Total günstiges Produkt, aber für die Einbrecher super abschreckend. Die Bestellnummer für das Dreier-Set ist die PV 7208 und die 569. Und Ingo hat es gesagt, wenn Sie mehr als drei Türen oder Fenster sichern wollen, dann dürfen Sie mehrere dieser Sets bestellen. Aber wirklich gerade Wohnwägen, die jetzt wieder ins Winterquartier gehen. Und da kommst du das normal nicht mit, wenn da jemand versucht einzusteigen. Man hat da ja auch Werte drin. Sehr abschreckend. Das ist sehr abschreckend. Sie haben das gehört, es ist richtig laut und hilft abzuschrecken. Und das ist ein kleines Geld für große Sicherheiten. Und das dürfte so die günstigste Alarmanlage sein, die es irgendwo gibt. Also ich habe noch nie eine günstigere gesehen. Jetzt haben wir wieder was. Oh, das ist auch eine tolle Technologie. Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4. Ist das ein Vierer-Set, Ingo? Das ist ein Vierer-Set von diesem tollen 2 in 1 Gel-Pad und Wandhalterung. Das ist so ein Gel, das klebt von selber. Ganz, ganz einfach, sehr flexibel. Wir sehen das hier im Zuspieler. Und dann machen Sie das einfach an eine Oberfläche ran. Und die muss nicht mal besonders glatt sein. Und dann ist das stark genug hier, zum Beispiel hier dieses Tablet zu halten. Ideal natürlich in der Küche jetzt, um mal ein Rezept zu machen, ohne dass der dreckig wird. Und wenn es dann nicht mehr klebt, das klebt die ganze Zeit, wenn es dann nicht mehr klebt, halten Sie es einfach unter den Wasserhahn und dann ist es wieder wie neu und klebt wieder. Hinterlässt keine Rückstände. Guck mal, hier auch für Werkzeug ist doch optimal. Ja, also ein Vierer-Set haben wir, da können wir viele, viele Ideen verwirklichen. Handyhalterung, nicht nur an der Raufaser-Papete, sondern auch im Auto. Und wir möchten Ihnen gleich mal, ich glaube, da sieht man schon Schlüsselhalter, Regale. Gerade bei Fliesen, wo du normal bohren müsstest, um etwas festzumachen, was bei Fliesen ja schwierig ist. Und vor allem hat man dann Löcher in der Wand, da sowas festmachen. Also ich glaube, da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten. Diana will uns jetzt gerade mal zeigen, wie man aus einem Kunstledersessel ein Regal macht. Auch das geht damit. Und schön ist, man kann es immer wieder rückstandslos ablösen. Schauen Sie mal, Diana hat es auf weißem Kunstleder jetzt angebracht. Das würde ich mit anderen Sachen nicht machen, dann hast du schwarze Flecken. Und jetzt bauen wir ein kleines Regal mit unserer kleinen Schatulle hier. Und das hält eben. Und das ist bombig. Und es geht aber genauso leicht wieder, oh, ist ein bisschen schief. Ein bisschen schief, naja, macht nichts. Da können Sie ja wieder abnehmen und wieder gerade hinsetzen. Und auch das Pad. Guck mal, keine Kratzer, das ist auch eine super Idee für Autos, wenn Sie brauchen Handyhalterung zum Beispiel. Bei mir auch Handyhalterung und da so viele Kratzer habe ich schon nachher. Hier, Sie können das so sauber machen. Das ist wirklich schön. Probieren Sie es aus, auch wenn Sie irgendwas aufhängen wollen im Bad. Ja, also klar, Handyhalterung, Tablethalterung haben wir gesehen, auch in der Küche. Wenn man Kochrezepte macht. Im Bad vielleicht auch ganz einfach den Zahnputzbecher, den du da mit an der Wand festhaftest. Ja, wir haben das eben gesehen. Ja, also da geht so viele Möglichkeiten. Und, müssen wir jetzt noch mal sagen, es ist ein Vierer-Set. Und diese Technologie ist wirklich immer wieder zu verwenden. Ganz einfach, wenn es mal, wir haben es vorhin gesehen, wenn es mal nicht mehr geklebt, weil zu viele Schutzpartikel drauf sind, dann einfach unter warmem Wasser abspülen. Dann ist es wieder wie neu. Dann geht es wieder von vorne los. Also Vierer-Set für 5 Euro unbedingt bestellen. Das ist Nanotechnologie, heißt es hier, für extra starken Halt auf glatten und rauen Oberflächen wie Glasfliesen, Metall und Wänden. Also das können Sie sogar an der Wand festmachen. Wenn Sie es abziehen, wird die Farbe nicht mit abgezogen, niederlässt keine Flecken. Es ist wirklich richtig klasse, um Sachen eben an der Wand zu befestigen, im Auto, an allen glatten Oberflächen. Da hält wirklich alles dran und sehr fest und sehr dauerhaft. Ein richtig tolles Produkt hier. Ein Vierer-Set bekommen Sie hier mit der Bestellnummer NX1745 und der 569 für ein Vierer-Set dieser Nanotechnologie GILG-PES. Ich finde es praktisch an der Küche ganz einfach mal, weil ich koche sehr gerne und backe sehr gerne und dann liegt das Tablet immer auf dem Tisch. Und wenn man dann mal mit Mehl hantiert, dann hat das Tablet auch immer ein bisschen Mehl abgekriegt. Hier kann man es ganz bequem an der Wand anbringen und dann eben Sachen, die man eben sonst irgendwo rumliegen hat, kann man hier von dem Flies unterbringen. Also viel interessanter fand ich jetzt gerade nicht, was angehängt wird, sondern den Untergrund. Das ist eine ganz grobe Raufaser- oder Textilveralphabete. Und selbst darauf hält das einwandfrei. Also da sehen Sie, was für tolle Technologie. Aber es geht natürlich weiter mit unserer Schnäppchen-Jagd. Und vielleicht werden Sie auch im Laufe der Sendung die ein oder andere Geschenk-Idee sehen. Dann bitte nicht zögern, gleich zugreifen, denn Sie wissen, all unsere Kontingente sind begrenzt. Wenn weg, dann weg, dann gilt wieder der Normalpreis. Deshalb immer gleich bestellen, wenn Ihnen was gefällt. Eine Taschenlampe. Also nicht nur Taschenlampe. Das ist auch ein Laser, sehe ich gerade. Also, du hast absolut recht, du hast gut beobachtet. Also, das ist eine Taschenlampe im Edelstahlgehäuse, aber mit zuschaltbarem Laserpointer. Also für, das benutzt man ja für Präsentationen. Da sehen wir es gerade, haben Sie es gesehen mit dem Laser? Und ich weiß auch, dass solche Laserpointer, die übrigens den Normen entsprechen, das ist ganz, ganz wichtig, dass solche Laserpointer gerne, sehr gerne von Katzenbesitzern benutzt werden. Da kann man Katzen richtig schön damit ärgern. Oh ja, das stimmt. Die lieben das. Das ist nämlich ein kleiner roter Punkt, den Sie durch die ganze Wohnung jagen können. Und da können Sie dann die Katze denken, das ist eine Maus oder irgendwas und rennt der dann hinterher. Schauen Sie mal, wie toll das ist und wie viel Spaß das macht. Der hat auch eine enorme Reichweite. Oder eben hier mit der Taschenlampe, ein 2-in-1-Gerät, mit der Sie hier eben diese Sachen machen. Ui, ui, ui. Du machst gerade unsere Kamera kaputt. Machen wir die Kamera kaputt? Nein. Also ich fand das jetzt gerade richtig gut mit der Katze, weil da schreibt uns auch ein Zuschauer, Stefan H. aus H. schreibt uns, unsere Katze liebt den Laserpointer, gewöhnlich spielt sie. Leoparder hatte ich. Oder nicht sehr lange, aber damit kann man sich über eine Stunde beschäftigen. Also auch für alle Katzenbesitzer mit Sicherheit ein Highlight. Und ganz einfach mit AAA-Batterien zu betreiben, ganz wichtig, Handschlaufe zum bequemen Tragen. Und ich habe eben nicht nur diesen Laserpointer, sondern auch eine Taschenlampe. Jetzt komme ich mir vor, jetzt komme ich mir gerade vor wie so in einem Agentenfilm, wenn man plötzlich rote Punkte sieht, wo man dann die Hände hochmacht. Brauchen Sie aber nicht. Das ist ein Spielzeug, übrigens Laser, Klasse 2, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist natürlich zugelassen hier in Deutschland. Und damit kann man auch keine Piloten ärgern, dafür ist der Laser nicht stark genug. Also super klasse hier in diesem Edelstahlgehäuse, Aluminiumgehäuse, aus Metall ist der. Und eine Taschenlampe kann man sowieso immer brauchen. Und hier hat man eben noch den großen Vorteil, diesen Laserpointer mit dabei zu haben. Ich höre gerade vor, unsere Resilie haben eine Katze und sie sagen, die Katze will jeden Abend damit spielen. Das ist richtig toll hier. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, die NX5763 und die 569 Taschenlampe und Laserpointer. Ich kenne beides, aber nicht vereint in einem Gerät. Was ich auch noch toll finde, kam gerade ein bisschen zu kurz, dass das ein Vollmetall, also ein Edelstahlgehäuse ist. Das ist kein Plastikbomber, wie man eigentlich annehmen müsste bei 5 Euro. Sieht also auch noch sehr, sehr schick aus. Das sind so Produkte, die findet man eben immer nur in der 5 Euro Überraschungsshow. Denken Sie dran, die gibt es jeden Tag um 17 Uhr, also nicht nur heute. Und die Schnäppchenjagd geht weiter. Oh, wir haben einen Preis-Alarm. Das bedeutet, wir haben ja ein Produkt, von dem wir ein ganz kleines Kontingent zu diesem Preis haben, weil es so sensationell runtergesetzt wurde. Es ist aber immer eine tolle, tolle Überraschung. Was haben wir denn heute? Ich würde sagen, ein 1, 2, 3, 3-fach-Netzteil. Ein kompaktes 3-Port-USB-Wand-Netzteil mit Smart-Power-Technologie. Das heißt, Smart-Power bedeutet, es gibt ja Handys, die laden mit 5 Volt, mit 6 Volt, mit 10 Volt oder Ampere. Und damit wird immer die optimale Spannung hier, der optimale Strom an Ihr Handy abgegeben und es wird perfekt aufgeladen. Ein 3-Port-USB-Netzteil, das heißt, Sie können drei Handys damit gleichzeitig laden, drei Geräte gleichzeitig damit betreiben. Es gibt ja auch diese LED-Leuchtstreifen oder Lichterketten, jetzt werden auch viel schon mit USB gemacht. Viele Weihnachtsbaumbeleuchtung übrigens bei USB, da ist das natürlich perfekt. Aber für Mobilfunkgeräte ist diese Smart-Power-Technologie wichtig. Und ich habe es gerade hinten gelesen, Leistungsstärke, also Stromstärke bis zu 3,4 Ampere. Ein großes Gerät, ein großes Handy braucht maximal 2,1 Ampere. Das heißt also auch wirklich für große Tablets, für große Handys, bestens geeignet, um die schnellstmöglich zu laden. Und hier unten sehen wir die drei Ports. Aber das eben mit den Lichterketten finde ich auch eine interessante Alternative. Aber ich weiß von Diana zum Beispiel, Diana hat ja mehrere. Du hast einen E-Book-Reader, du hast ein Tablet, du hast ein Smartphone. Ich glaube, du hast auch noch einen Bluetooth-Lautsprecher. Du bräuchst also zwei davon. Ich meine meine Headset. Also ich brauche sowieso viele. Und natürlich habe ich nicht so viele Steckdosen zu Hause. Aber das ist wirklich praktisch. Ich muss sagen, für 5 Euro habe ich noch nie gesehen. Normalerweise, wir haben schon ein Netzteil, das kostet 6, 7 Euro. 5,69 Euro. Ja, aber hier drei Stück, also 3 in 1 für 5 Euro. Also Sie müssen wirklich schnell sein. Das ist ein Riesenpreis. Jetzt habe ich gerade gesagt, Sie sollten mehrere bestellen. Geht leider nicht. Das ist unser Preissalarm. Aber da sehen Sie, was wir heute sparen. 11 Euro. Und das ist schon der absolute Preishit auf Perl.de. Aber Sie, exklusiv als Perl-TV-Kunde, Sie bekommen jetzt dieses Dreifach-Netzteil für 5 Euro. Und ganz, ganz wichtig, ich habe schon Netzteile einzelne für 5 Euro gesehen. Die haben dann 0,5 oder 1 Ampere. Das heißt, das Handy braucht vier Tage, ich übertreibe mal wieder, um zu laden. Das hier ist ein leistungsstarkes Netzteil mit Smart-Technologie. Also mit diesen Billigdingern überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist leistungsstark. Und alle drei Anschlüsse können eben parallel benutzt werden. Und das ist wirklich ein Megaschnäppchen für 5 Euro. Ja, vor allem, weil die Anschlüsse, wenn du in die Steckdose steckst, zeigen auch nach unten. Das heißt, da kommt kein Dreck rein, kein Staub rein. Aber das kommt darauf an, wie die Steckdose liegt. Die meisten Steckdosen sind schon waagreich. Dafür ist das eben auch noch praktisch, dass es nicht verdreckt. Dadurch halten die natürlich auch länger. Und ja, Netzteile kann man nie genug haben. Und normalerweise braucht man pro Steckdose ein Netzteil. Hier haben Sie drei Netzteile hier in einer Steckdose. Drei Geräte gleichzeitig betreiben oder laden. Fantastisches Produkt hier. Unser Preisalarm, den Sie nur einmal bestellen dürfen pro Besteller. Aber ich kann mir vorstellen, der ist innerhalb der zwei Stunden schon vorher ausverkauft. Da sollten Sie also schnell sein und unsere gebührenfreie Telefonnummer anrufen. Die Bestellnummer ist die NX4657 und die 569. Bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Aber das würde ich mir auf alle Fälle holen hier. Das ist auch sehr schick hier in dieser flachen Bauweise. Guck mal, da ist es eingesteckt nach oben. Da ist es eingesteckt nach oben. Man kann das aber ganz flexibel machen. Vom Schriftzug her hast du recht. Aber es gibt hier auch wirklich anders eingebaut. Aber das spielt hier überhaupt keine Rolle, ob man die hoch oder noch zur Seite macht. Hauptsache man hat drei Ladefunktionen. Hier haben wir auch eine Smartwatch gesehen. Die wird auch per USB geladen. Es gibt mittlerweile so viele Geräte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Steckdose zu holen. So, Mädels. Optimale Ladung für Ihre Geräte hier. Mädels, was kommt jetzt? Ihr grinst so. Ach, das passt ja gar nicht dazu. Ihr grinst immer, okay. Ladekabel und zwar sehe ich das hier perfekt passend natürlich zu unserem USB-Netzteil. Es ist ein Kabel, was drei Anschlüsse auf der anderen Seite hat. Und ich sehe hier als Anschlüsse sehe ich Micro-USB, ich sehe Lightning und ich sehe USB-C. Ist das richtig, Ralf? Genau. Also 1,20 Meter Länge und es ist ein Ladekabel. Der Clou ist, man kann auch alle drei Anschlüsse gleichzeitig benutzen. Aber ich glaube, das kennt jeder, da kommt mal ein Freund oder eine Freundin und sagt, oh, hast du ein Ladekabel? Und die erste Frage ist, was hast du denn für ein Handy? Weil eben hier verschiedene Systeme aufeinandertreffen. Leitenden ist Apple, die USB-C sind die neuen großen Smartphones mit Android betrieben und Micro-USB die älteren oder auch E-Book-Reader oder Tablets. Und hier ist es ganz egal, was der Fragende für ein Smartphone hat. Du kannst es laden oder auch im Auto. In vielen Familien, die unterwegs sind, der eine hat ein Smartphone, ein Apple-Phone und der andere hat ein Android, kannst du gleichzeitig laden oder per Micro-USB sogar noch die Dashcam damit betreiben. Das ist richtig wichtig, weil wenn der Akku leerst, dann ist meine Laune halt auch nicht mehr so gut. Deshalb, wenn ihr mit mir unterwegs seid, braucht ihr dieses Ladekabel. Ich finde das schön, dass deine Laune vom Akkuladestand da wird. Mein Akku ist voll, ich habe gute Laune. Oh, 10 Prozent, ich habe schlechte Laune. Sprich mich nicht an, mein Akku hat nur noch 10 Prozent. Das kenne ich eigentlich nur, wenn Frauen Hunger haben. Sprich mich nicht an. Ja, bei mir ist es nur ein Handy-Akku. Ich bin nur ein Handy, okay, gut. Der Hunger nach Ladung greift. Ja, der Hunger nach Strom. Super Kabel hier, Stoff ummantelt. Das hält natürlich dadurch auch viel, viel länger. Du hast auch so ein Stoff ummanteltes Kabel im Auto, Diana, ne? Ja, ich habe genau diesen Kabel, ich glaube, schon fast drei Jahre. Also das bedeutet langlebig, ja, weil bei mir etwas bleibt mehr als zwei Monate. Das bedeutet, dass es sehr, sehr gut ist. Es muss sehr leidensfähig sein. Also es hat das Diana Prüfsiegel sogar überstanden. Diana Check. Diana Check. Diana Check. Ich möchte Ihnen kurz noch was zeigen. Ich habe hier eine Seite voller Zuschriften, alle positiv, mit vielen, vielen Anwendungsmöglichkeiten. Auch, man hat ja selber auch mal oftmals mehrere Geräte, die verschiedene Anschlüsse haben. Und da ist das natürlich perfekt. Die Bestellnummer für dieses 3 in 1 Schnellladekabel, das unterstützt also auch die Schnellladefunktion, ist die PX2460 und die 569. 1,20 Meter lang, alle gängigen Anschlüsse, die derzeit noch gültig sind für Smartphones. Ja, und diese wirklich sehr, sehr stabile Textilummantelung. Und ich glaube, für so ein Ladekabel, ich habe das noch nie im Einzelhandel gesehen, aber ich hätte jetzt 10 bis 15 Euro regulär geschätzt. Ja, vor allem in der Qualität. Und man darf nicht vergessen, es ist nicht nur zum Laden, sondern auch zum Datenübertragen wichtig. Machen Sie mal Backups von Ihren Fotos. Es lohnt sich. Ich sage das immer, wenn wir einen Stick haben oder einen Kabel, machen Sie Backups. Unglaublich wichtig. Spielzeug? Äh, nein. Kein, oh, das ist schwer. Irgendwas mit Lichtsensor sehe ich hier. Wow, das ist was richtig Ideales. Und das sind die Großen sogar. Ja, und zwar richtige Pflastersteine sind das. Jetzt hören wir gerade, wir hatten die schon mal in der 5-Euro-Show und da waren sie sofort ausverkauft. Ja, und da war die Nachfrage so groß, dass wir zum Glück nochmal ein Sonderkontingent bekommen haben. Und wir haben auch eine Sonderregelung. Sie dürfen bis zu 10 Stück dieser Pflastersteine bestellen. Und der Clou ist, das sind ja jetzt nicht nur Glasbausteine, sondern bei Dunkelheit leuchten die auch. Die leuchten in verschiedenen Farben. Die können Sie ganz einfach in Ihren Boden integrieren. Ob das draußen im Garten ist oder auf der Einfahrt, weil die sind so aus stabilem Glas gemacht, dass Sie da sogar mit dem Auto rüberfahren können. Die leuchten, ich gucke mal, ob die in Farben leuchten oder in weiß. Ah, und mit vier warmweißen LEDs. Also weiß leuchten. Das sieht ja schon richtig toll aus. Das ist wirklich Wahnsinn. Und schön ist, diesen Selbstversorger. Hier ist ein Solarpanel mit eingebaut und das wird jetzt vertieft in den Pflasterstein. Und dann hat man Markierungen und deshalb machen 10 auch Sinn. Wenn ich mal so einen Parkplatz markieren will, drei Parkplätze, dann brauche ich zwei solche Striche. Ich habe dann jeweils fünf dieser Pflastersteine, die ich einsetzen kann. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, ganz ohne Pflaster, sondern dass du das einfach ein klein wenig im Garten am Weg entlang eingräbst. Ja, es ist eine sehr schöne Beleuchtung. Sieht toll aus. Sehr dezent hier mit diesem warmweiß. Vielleicht auch für das Kinderzimmer oder innen drin mal so auf die Fensterbank. Ist das Glas? Ist richtig festes Glas hier, ja. Sehr stabil. Da kann man auch wirklich mit dem Auto oder mit dem LKW drüberfahren, wenn es dann eingelassen ist. Also ich finde das klasse. Und sowas für fünf Euro. Und vor allem bin ich froh, dass wir jetzt mal nochmal ein Sonderkontingent bekommen haben. Weil, wie ich sage, in der letzten Sendung, in der es vorgestellt war, war das Sonderkontingent sofort ausverkauft. Und es leuchtet einfach richtig schön. Ein Akku hat er drin. Das heißt, er lädt sich und dann leuchtet er ganz automatisch nachts bis zu acht Stunden hier. Der Heinrich aus Klochschrei, perfekt für die Hauseinfahrt. Leicht zu installieren. Das Ergebnis ist eine tolle Beleuchtung. Das Ganze ohne Kabel, weil hier versorgt sich das selber mit Strom. Wir schauen mal auf Völ.de, was es da kostet. Da sehen wir nämlich, dass Sie heute und nur jetzt acht Euro pro Stein sparen. Sie dürfen, wie gesagt, ausnahmsweise mal zehn davon bestellen. Bis zu zehn Stück können Sie davon bestellen. Und damit Ihr Hauseinfahrt, Ihren Weg, Ihren Garten oder vielleicht einfach die ein oder andere Fensterbank verschönern. Durch diesen tollen, tollen Emotions-Effekt. Ich finde auch toll, dass das eben Solarpanel hat. Man kann keine Ladekabel dahin legen muss, keine Stromkabel und auch keine Batterien. Ich höre übrigens gerade, dass unser Preisalarm schon sehr stark nachgefragt ist. Der Rainer hat unter anderem zugegriffen. Das war dieses Dreifach-USB-Netzteil. Das ist aber auch super praktisch. Wenn man das hier mal in die Hand nimmt, dann merkt man schon die Wertigkeit. Das ist richtig schwer und massiv. Da wird man lange Freude dran haben. Und jeder, der da so einen gepflasterten Parkplatz hat, hat diese kleineren, wo man rausmachen kann. Das kann man auch selbst, aber auch bei keinem Fliesenleger holen. Oder eben als Begrenzung um die Terrasse oder den Weg entlang. Man kann das ja auch einfach ins Erdreich einbuddeln, dass man nur noch die Oberfläche sieht. Der Effekt ist immer der gleiche. Sobald es dunkel wird, wird der Weg beleuchtet mit einem angenehmen, warmweißen Licht. NC 6028 und die 569 ist die Bestellnummer. Hier sehen Sie auch die Maße. Zehn mal zehn Zentimeter sind die und fünf Zentimeter tief. Eine tolle, tolle Lichtinstallation, die Sie hier machen können. Sie dürften es, wie gesagt, bis zu zehnmal bestellen. Das ist was ganz Besonderes, damit Sie das auch richtig ausleuchten können. Ihre Hauseinfahrt, Ihren Weg oder was auch immer Sie beleuchten wollen hier mit unseren schönen Glas-LED-Bausteinen. Also Außenbeleuchtung haben wir jetzt auch. Ich höre was. Ich höre auch was. Ich höre Stimmen. Mach schnell auf. Nein, keine Stimmen. Musik höre ich. Was ist das? Was ist das? Was macht da gerade? So, das ist ein Wecker? Jetzt haben wir ihn ausgemacht. Aber sehr, sehr kompakt. So steht es auch hier. Ein kompakter digitaler Reisewetter inklusive Thermometer, Kalender und man kann ihn auch als Küchentimer oder allgemein als Timer benutzen. Und das alles für fünf Euro. Der ist wirklich sehr klein. Der ist sehr klein und sehr hübsch und sehr elegant. Natürlich für Reisen optimal. Hat ein sehr großes Display hier und eine Temperaturanzeige sehe ich auch noch dran. Damit kann man mit Reisen eben mal den Wecker immer dabei haben. Dann muss man nicht sein Handy benutzen. Das ist sowieso immer kompliziert, das einzustellen. Das hier ist ein klassischer Reisewecker. Gerade in Hotels oder mal in einer Ferienwohnung kann man hiermit eben dann tatsächlich sich zur genau richtigen Zeit wecken lassen. Wie viele Alarme haben wir denn hier? Lass mich mal suchen. Sieben Melodien, zwei Signaltöne, aber ein etwas ganz Besonderes. Neun Wecktöne haben wir noch. Aber du kannst hier auch eine Geburtstagserinnerung einstellen. Und dann spielt es am Geburtstag Happy Birthday ab. Und weckt dich dann am Geburtstag mit Happy Birthday to you. Also ich finde es klasse. Durch das Kompakte ist das für mich wirklich ein toller, toller Reisewecker. Weil es geht natürlich auch immer ums Gepäck. Wie viel Gepäck, wie viel Platz habe ich? Wie hast du es denn hingekriegt? Ich weiß nicht. Du hast gute Laune. Übrigens, Bedienungsanleitung ist für Sie dann dabei. Sie werden keine Probleme haben, den Wecker oder den Countdown einzustellen. Was ich wirklich schön finde, ist wie superflach und wie superklein der ist. Und gerade wenn man in Hotels ist, ich habe noch nie ein Hotel gesehen, wo irgendwie ein Wecker auf dem Nachttisch steht. Wenn man sich da wecken lassen will, muss man entweder das Handy neben das Bett legen, sollte man vermeiden. Oder auf der Rezeption anrufen, dass die einen dann telefonisch wecken. Ich halte für so eine Reise... Monika, brauchst du Hilfe. Ich habe die Uhrzeit gelöscht. Du hast die Uhrzeit gelöscht. Mit dieser Nerven. Eine Gebrauchsanweisung ist dabei. Wir sitzen hier ohne Gebrauchsanweisung. Aber Moni, du hast es immer wieder geschafft, diese tolle Melodie rauszukriegen. Ja, sie hat zwar die Zeit gelöscht. Es gibt keine Zeit mehr, Hilfe. Aber die neuen Töne hat sie gefunden. Sie können das auch mal ausprobieren. Sie bekommen natürlich eine ganz informative Bedienungsanleitung dazu. Die Bestellnummer ist die NX1370 und die 569, Sie haben es gesehen, zusammenfaltbar. Das ist übrigens ein LCD-Wecker und Batterie betrieben. Aber LCD braucht extremst wenig Strom. Noch weniger als LED. Und auch schön große Zahlen. Weißt du, das ist ja auch wichtig, weil in der Nacht schlafe ich in der Regel ohne Brille. Dann brauche ich große Zahlen, damit ich die lesen kann hier. Ganz, auch sehr hübsch finde ich den. Sehr stilvoll. Sieht sehr gut aus in dieser Aluminium-Optik hier. Sehr hochwertiger Wecker. Das wäre auch so eine kleine Geschenkidee, so als Winkel im Zaunpfahl an diese Menschen, die sehr gern zu spät kommen. Ich glaube, jeder hat so einen im Bekanntenkreis, der immer eine Viertelstunde zu spät kommt. Dem schenkst du mal so einen Wecker als kleinen Hinweis. Oder fünf Wecker, genau. Oh, jetzt wird es handwerklich. Das ist richtig toll. Ein Tacker. Das ist ein Handtacker. Ein 3-in-1-Handtacker. Da kriegst du noch 600-teiliges Klammersortiment dazu. Ja, also es ist Vollmetall. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe so einen Tacker auch schon. Du sollst nicht schießen. Das ist ein Tacker. Und kein Spielzeug. Aber wer zum Beispiel neue Sitzmöglichkeiten neu bespannen will, der kann das damit machen. Oder ich habe zum Beispiel bei mir im Garten einen Hasenstall installiert. Und ich habe zum Beispiel den Maschendrahtzaun am Holz mit einem Tacker befestigt. Ja, und das geht damit. Übrigens, Tackernadeln sind, glaube ich, auch dabei, Ingo, oder? 600 Stück. Gehe bei den Baumarkt, aber haupte ich mal für die 600 Stück. Ja. Also nur für die Tackernadeln. Du kriegst Tackerklammern, Tackernägel und Rundklammern. Ideal. Hier sehen wir es mal im Bild. Da kann man natürlich mal so eine Leinwand bespannen. Aber wofür es eben wirklich gut ist, ist so, wenn man selber mal einen Stuhl wieder neu bespannen will. Da holt man sich einfach ein Stück Stoff, spannt das drumherum und tackert das dann von unten an das Holz ran. Damit kann man dann eben hier mal selber solche Sachen machen und ein bisschen kreativ sein. Also ich habe die aus Vollmetall, die ist richtig gute Qualität. Ich habe früher in einem Amateurtheater gespielt, in einem Freilichttheater, und wir haben die Kulissen immer selber gebaut. Hast du da noch Filme von? Ja, da wurden Holzrahmen, die wirst du aber nicht zu sehen bekommen, da gibt es Holzrahmen und die wurden dann mit so Sack bespannt. Das waren dann die Rückwände. Und das wurde alles mit so Tackern gemacht, aber die waren damals schon unglaublich teuer. Und sowas jetzt für 5 Euro zu bekommen, ist der absolute Wahnsinn. Unverbindliche Preisempfehlung, was ich immer noch als günstig erachte, ist 20 Euro. Was hat Diana jetzt wieder vor? Ich habe keine Ahnung. Schreibt man das? Wie schreibt man was? Ach, du willst die Beschreibung vorlesen? Wie man Tacker schreibt. Ja, Tacker, so, ich dachte, wirklich Tacker. Tacker, Tacker. Tacker, Tacker. Okay. Nein, aber wirklich toll. Es ist Vollmetall, der ist sehr, sehr, man merkt sofort, man hat was richtig Starkes in der Hand. Und das ist eine perfekte Erweiterung, auch wenn Sie jetzt mal Sitzmöbel frisch beziehen wollen oder Ähnliches. Das geht am besten mit einem solchen Tacker. Ja. Ja. Davon können Sie auch bis zu 5 Stück bestellen. Gehört in jeden Werkzeugkasten meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Weil es damit so einfach ist, Sachen an Holz zu befestigen, egal was. Die halten es einfach ran, drücken das. Das hat richtig viel Kraft. Deswegen schießen wir hier auf der Bühne natürlich nicht damit rum. Das ist zu gefährlich. Also hat aber natürlich eine Kindersicherung und so eine Arretierung, dass es also nicht aus Versehen losgehen kann. Die Bestellnummer ist die NC 5322 und die 569. Bis zum 5. Mal dürfen Sie den bestellen. Der ist aus Vollmetall. Richtig gute Qualität. Da verzieht sich nichts. Timo, siehst du das hier? Guck mal. Das finde ich jetzt auch noch ganz interessant. Das ist das GS-Siegel. Also geprüfte Sicherheit. Geprüfte Sicherheit, ja. Das spricht auch nochmal für die Qualität. Und ich behaupte mal, sowas bekommen Sie nirgendwo anders. So günstig wie bei uns in der 5 Euro Überraschungshow. 600 Klammern in verschiedenen Größen sind mit dabei. Man kann hier nichts falsch machen. Aber das war sie schon wieder. Unsere 5 Euro Überraschungshow. Ich hoffe, Sie haben Ihre Lieblingsprodukte schon gefunden und auch schon bestellt. Wenn nicht, gehen Sie bitte jetzt ans Telefon. Haben wir die Bestellnummer eigentlich schon gesagt? Die Bestellnummer haben wir gesagt. Ich sage es nochmal. Das ist die NC 5322 und die 569. Ralf hat es gesagt, schnell ans Telefon, sonst ist es weg. Also viel Spaß damit. Ciao.